Ich bin James, ich bin Sarah, ich bin Mandy und ich bin Norman und wir sind die jungen Retter. Heute zeigen uns die jungen Retter, wie man immer sicher Spaß hat in Schwimmbädern und Swimmingpools. Wir gehen immer schön langsam im Schwimmbad und auch am Swimmingpool. Und laufen nie. Sarah und James zeigen uns das jetzt mal. Nicht laufen. Na los, nun mach das schon vor. Das ist doch Quatsch, Norman. Jedes Kind weiß doch, wie gehen aussieht. Ich wette, ich kann viel schneller gehen als du. Kannst du nicht. Au. Du denkst, das wäre schnell? Denkt immer dran, nicht rennen. Keine Sorge, Onkel Sam. Machen wir nicht. Gut so, James. Du liegst in Führung. Was fällt dir ein, mein Freund ins Wasser zu schubsen? Und was sonst sollten wir eigentlich auf keinen Fall machen, Norman? Wir sollten auf keinen Fall jemanden ins Wasser schubsen. Tut mir leid, Sam. Tut mir leid, Sarah. Ja, mir auch, James. Also denkt immer dran, gehen und nicht laufen. Man kann zu leicht ausrutschen. Und schubsen geht gar nicht. Danke, Freunde. Denn er ist kein Brand. Ja, Feuerwehrmann Sam, dafür ist er bekannt. Ja, Feuerwehrmann Sam, was immer dich bedroht. Sam. Amen.